Hallo Paula, siehst du das dünne Weg da? Da, dreh die Schollung. Da werden wir jetzt durchgehen. Du glaubst nicht, dass ich es geschafft habe, aber es ist richtig einfach. Okay, Luca, du kannst es nach vorne und Christian, du filmst. D'accord, lass es los. Mein Gott, ist das eng hier. Sieht so aus, als ob das beleuchtet wäre. Das ist aber nicht, das ist Sonnenlicht. So, jetzt mal gucken, wie die anderen kommen. Jolla. Jetzt der andere. Mal schauen, wo wir angekommen sind. All das hier, mitten in der Wüste, Paula. Jetzt halt dich fest. Ich werde die Kamera umdrehen. Ich muss die anschnallen, denn sowas hast du noch in meinem Fernsehen gesehen. Na, was sagst du jetzt? Na, was sagst du jetzt? Haha. Oh, gehen welche da oben und springen, ne? Und Emilia, wie ist das hier? Gefällt's dir gut? Was? Gefällt's dir gut hier? Nicht so gut. Nicht so gut? Das ist Emilia nicht gut genug. Wir müssen zurück nach Hespenau. Da ist Emilia gut. Ich frag mal Lukas, was du davon hältst. Warte, ich dreh mal um. Warte. Wie ist das jetzt Lukas? Ja, gut. Was gefällt dir hier gut? Ja, was ist das so nah? Ich glaube, die machen das viel mehr durch das hier. So, jetzt lass mich verabschieden, ne? Ich muss das ausmachen. Wir hoffen, wir machen dir, wir haben dir Appetit auf Reisen nach Oman gemacht. Dass du uns noch mal vielleicht hier besuchst, ne? Ja, ja, so gerne! Das wäre ja gut, ne? Ja. So, mach's gut jetzt. Ich filme noch ein bisschen das Loch da. Hoffentlich verliere ich die Kamera nicht. Ja, ich bin fertig. Und jetzt muss ich da mal rein. Ich bin fertig. Es gibt noch nicht die Kamera nicht so. Es gibt da mal, es gibt hier malen. Es gibt dasmalen. So, jetzt zeigen wir mal, wie wir da reingekommen sind, ne? Hahaha. Na, Lukas? Ja. Hm. Das ist gut. Aber und wir gehen jetzt. Hm. Wir gehen hier raus. Da sieht die Chance, dass wir hier durchgehen können. Aber, dann kann ich hier durch. Also, das wäre hier nichts für Leute mit Platzangst, ne? Wir haben es geschafft. Hin und zurück. In nur 5 Minuten. Hahaha. War das gute Mini jetzt? Hallo, Paula. Nein, nein, nein. Ja. Nicht auf uns ziehen. So. Ah Mist, es kommen noch mehr Leute. Jetzt verabschieden wir uns. Ich kann nicht mehr. Einhändig schwimmen. Das war schon meine Leistung. 5 Minuten. Mein persönlicher Rekord. Hane, doch. 5 Minuten 40. Nein, dann bis sehr bald. Tschüss Paula. Ja!